also die batterien kommen direkt auf das fließband ja okay dann gucken wir doch mal also bestimmt wieder ein eisenmangel ja du hier 135 batterien bitte ich kann das eisenfeld nicht mehr so wirklich großartig ausbauen das ist dann irgendwann einfach weg es läuft hier schon ziemlich schnell eigentlich ich brauche jetzt stein und eisenplatten also eigentlich sollte ich eben eine pufferkiste machen für das eisen und das kupfer und dann warten bis ich das einmal vollpuffert aber dass das wird nicht passieren ich muss einfach meine eigenen maschinen die materialien klauen das geht nicht anders war es das schon ja grummel ob du das kein treibstoff hier bisschen ich hätte gerne reisen brauchen wir noch immer genau stein brauchten wir noch für die lasertürme für die zahnräder könnte auch direkt die zahnräder klauen und kommt hier schon wieder keinen stein an auch jungen muss das doch gerade alles hier eingestellt gehabt da oben genau warum geht das da nicht unterirdisch weil der da falsch rum ist ja oder da falsch rum war gut jetzt dürften wir wieder stein bekommen immer diese kleinen kleinigkeiten wieder so ein riesen rattenschwanz haben so du da du da ich hätte gerne 35 lasertürme das klingt doch richtig richtig gut die hätte ich gerne alle dann hätte ich gerne wieder das ganze eisen damit ich demnächst hochlaufen kann um noch mehr batterien herzustellen da hätte ich noch gern die mauern die morgen werden oben hergestellt richtig glaubt schon okay dann liefern wird das keine bisschen eisen hier weg und holen dann die mauerstücke runter wobei wir können auch die mauerstücke oben gleich deponieren wird schön schwefelsäure sieht okay aus sie wird keine neuen schwefelsäure produziert gerade weil kein eisen aber das ok leicht öltank ist voll ok ich glaube sollten leicht öl auch in betrothung also hier eine abzweigung machen für umwandlung weil es sind zu viele few blocks ich könnte sagen dritte chemie fabrik hierhin stellen die auch noch few blocks herstellt aber das ne ich glaube ich noch irgendwo irgendwas schweröl wird verarbeitet alles läuft durchgehen ja ja ok das braucht ja wieder wasser ok machen wir anders ich nehme jetzt von nicht hier das zeige nach da ich brauche mehr rohre an die da und werden immer falsch eingelagert darum 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 so das heißt der tank wird jetzt entleert irgendwann wenn die tankster lehrt gott ja nee wir brauchen noch ein splitter von leicht öl in petrolium gas das arme ding kommt sonst niemals hinterher ja außer es kriegt eine module ja ok lassen wir das mal so wie es ist noch staubt es ja nicht sich allzu extrem und wir haben überall noch genug für andere dinge drin das heißt ich schnappe mir jetzt die mauern 23 hier kommt nicht so viel stein bei rum was so weil du kein wasser brauchst ja können wir nicht ändern wo reisen wir haben kreisen die tanks sind alle voll und hier ist ganz kein gantt lasert so 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 1 2 3 ach so kommt hier die zweite reihe und ich brauche ganz ganz viele strommasten auch noch und so war so lange hier ist ganz schön ausgelastet bin fast versucht die zeit hochzudrehen aber nee ich bin erstmal gucken wo wir noch überall fehler beheben können wenn ich die zeit jetzt mal fünf laufen das oder mal zehn und wir haben irgendwo fehler dann sieht sich jetzt fehler durch die ganze zeit das ist nicht so schön da haben wir stein bist du leer ja du bist lehrer kommt bitte mit steine hätte ich gerne auch alle und dann bauen würde ich hier wieder auf da und da also nicht weil ich jetzt super dringende steine brauch sondern eher damit ich die ressourcen schon mal habe und mich dann später nicht drum kümmern muss genauso wie ich gerne hier ein so ein ding hätte da kriegst ein riesen strommast und eine größere kriegst erstmal eine kleine kiste bitteschön so limestone nicht hier hinten hätten wir stone und ich habe ich fast übersehen dich werden wir auch demnächst ausbeuten also lasertürme zu ende bauen lassen wenn die lasertürme zu ende gebaut sind ganz viele strommasten setzen für oben die mauer hier weiter nach westen verlängern unter nicht hier verlängern um an das daran zu kommen und dann können wir das eisen von hier schon so ankommen lassen als wenn es mit dem zug geliefert worden wäre also hier unten die schmelzöfen weiter ausbauen und es kommt kein kupfer machen ja kupfer ist aus nicht gut gar nicht gut warum ist hier ein fließband weg damit ok was noch was noch was noch die samen müssten inzwischen fertig sein ja batterien schauen sich doch ein bisschen gerne einsteck batterien forschung ist auch gleich fertig die roten tränke fehlen mal wieder warum fehlen die roten tränke weil keine stein zahnräder kommen doch ach so aber nur zeit ja ok nächste forschung sollte echt module sein frisst denn zwar mehr strom was wir auch noch angehen wollten aber wenigstens haben wir die möglichkeit die fabriken die wirklich wichtig sind und die bisschen hinterher hängen wie das da zum beispiel die zu pushen also baumsamen holen bäume setzen und dann strom und ich sollte das stein zeug erstmal irgendwo loswerden ich hätte gerne einen schmelzofen und die ganze sachen später 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 jetzt so also nein nein stopp inventar hör auf wo ist mein müllkisten ding alles wurde auf dem boden geschmissen ist ja hier bau den turm direkt daneben du kriegst den holzkiste kann da rein stein da so genug platz sowohl ich das ganze zeug auf dem boden geschmissen hier gib her gott ist da jetzt ein schmelzofen bei gewesen nein so forschung ist durch upgrade electronics haben wir erforscht also lila sachen was gut was wollte ich jetzt ich wollte die module haben genau speed module laser zur forschung bringt nichts meinen drills kosten viel zu viel akkus akkus wären praktisch weil die türme ja doch wirklich viel strom fressen kommt eventuell als nächstes und orange brauche aber lila chips jane das ganze kriegen dass wir vielleicht noch praktisch die werden praktisch die eimtchen werden praktisch aber zuerst module so ich wollte jetzt ein schmelzofen haben steine sind hier steine sind hier dann hätte ich gerne den schmelzofen da hier ich hätte gern dichter und dann kommen da ja das zu breit ist kann das ganze her ist doch alles gibt mir das da gibt mir das da gibt mir ein ärmchen tut da du da hier nicht schön nicht schön aber so kriegen wir wenigstens die steine für die mauern und dann baue ich die halt im inventar die gehen recht schnell maximale anzahl gebaut wir haben 21 türme das ist gut haben ein turm ohne munition es ist fragwürdig wie gut das ist holz weg zwei steine weg das ist ein spex kann ja mal weg bringen du da hinten hast keine ja hier die munition kann ja noch irgendwie lassen so money weg weg also die hier unten sind unsere backup dinger die sind nur für notfall und ihr ihr seid tech 2 wie wäre es mit tech 3 die bräuchten fünf lila pipes was brauchen lila pipes einfach nur noch mehr stahl bau mal ein davon ganz viel stahl ganz ganz viel stahl okay ganz viel stahl klauen wir uns jetzt mal das müsste sich schon seit einer weile gestaut haben da nämlich genau nehmen wir einfach so 400 stahl träger mit und bauen noch ein paar davon und setzen die ach so man konnte sie nicht doch kann man übersetzen okay so du hast temperatur 90 91 95 100 das ist echt komisch dass selbst die tech 3 dinge keine besseren boiler brauchen und wozu brauche ich dann bessere wir brauchen wahrscheinlich weniger sprit keine ahnung ja okay ach so wie viel produzieren die eigentlich viel strom max output 2,3 mw noch mal fast doppelt so viel wie die hier sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön du darüber du darüber ein noch strom nicht wirklich problematisch du was ach so okay dann kann ich die alten zweier beule als feier engines hier aufsetzen die kriegen zwar nur 80 prozent wasser und so aber es trotzdem besser als vorher judy also strom problem haben wir im griff so lange bis die erste einrissfälle kommt türme verteilen türme verteilen und mauern bauen und hier überhaupt erstmal türme aufstellen und da mandar die 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 Vielen Dank.